So und da sind wir auch schon wieder bei Call of Duty Advanced Warfare. Und weiter geht's. Mit der schönen Jagd. Ich weiß zwar nicht wo der hinguckt, aber auf den Seiten der 12 Uhr sind kein Kontakt. Da sind sie. Bewegung. Status des Doktors. Biometrische Ortung. Immer noch im Krankenhaus. Gut. Wir müssen weg hier. Los jetzt. Die Straße bietet keine Deckung, Boss. Der Wagen. Das ist unsere Deckung. Die Krankenhaus noch 100 Meter entfernt. Joker, geh um Deckung. Einmal erwischt. Verdammte. 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 Ah, Schiepen und Stinkfloppen. Oh, erwischt. Oh, erwischt. Oh, jetzt musst du es selber machen. Bewegung! Wir haben hier einen Verlust! Einer der Wies! Der Doktor ist in der Nähe. Erster Stock, nördliche Seite. Wir brauchen ihn lebend. Das ist nix. Blendgranate! Kontakt! Aus schalten! Nachladen wollte ich. Und einen Laptop. Feuer! 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 dass sie hier auch nie richtig die Leute ausschießen können. Mann, Mann, Mann. Sofort. Ups. Da, Mitchell, die Tür auf. Hau die Tür weg, Mitchell. Da war ich zu feurig. Nicht schießen. Mitchell, schnapp ihn dir. Na, kürzlich, Hades gesehen? Aufs Maul. Das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Nicht heute. Einpacken und mitnehmen. Mit Vergnügen. Mitchell, zu mir. Ja, das sagen sie immer. Sind alle tot. Du bist sicher nicht. Ich bin alle tot. Ich bin alle tot. Oh mein Gott. Finsch. Na, schön inszeniert. Muss man schon sagen. So sieht's aus. 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 So vast. So sieht's aus. So sieht's aus. So. So, ab zur nächsten Mission. So. 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 Versuch's bei dem. KVA-Signal ist ganz nah. Eindeutig ein KVA-Signal. Das ist die Zielperson. Bingo. Das ist unser Weg hinein. Bravo unterwegs. Team, ich muss euch wohl nicht daran erinnern, wie wichtig diese Mission ist. ADES ist verantwortlich für die nuklearen Angriffe vor vier Jahren. Wenn wir ihn erwischen, fällt die gesamte KVA in sich zusammen. Wir dürfen keine Fehler machen. Bringt das zu Ende. Ah, schön designt. Schönes Kaffee. Hm, Zucchini. Pfirsiche. Zitronen. Sieht richtig schick aus. Es hat leveled design-technisch sehr schön gemacht. Das ist Privateigentum. Sie müssen gehen. Ich wollte zum Markt. Hab mich wohl verlaufen. Hier sind sie fein. Hey! Gut gemacht. So. Bravo hat die Schlüsselkarte. Alpha, aufgepasst! Bravo ist auf Position. Roger. Moment, markiere Ziele. Und werden sich jede Viertelstunde melden. In der Gasse gibt es einen Toten-Gehling, den man aufsichtspunkt aus nicht einsiehen kann. Jemand muss nun von der Ecke aus bewachen. Den Randbereich stecken Patroulen auf jeder Ebene auf dem Aktplatz ab. Zwei im nächsten Raum. Nach dem Treffen werden alle... Oben. Der gehört mir. Alle Stationen werden rechtzeitig gesichert sein. Niemand wird das Treffen stören. Das will ich hoffen. Sonst kriegen sie es mit mir zu tun. Verstanden. Hades, Ende. Ausschalten. Schon erlegt. Unterschlupf gesichert. Nehmen das Tagungszentrum ins Visier. Verstanden, Bravo. Alpha, Phase 2 kann beginnen. Verstanden. Alpha lädt den Frag. Mitchell, in den Exo-Anzug. Ich setze die Wasp zusammen. Umziehen. Mal Platz hier. Prophet, Wasp ist startklar. Alpha in Position. Bereit. Verstanden. Bereit machen für Wasp. Nimm die Drohne, Mitchell. Ich belausche Hades' Treffen. Wasp in der Luft. 200 Meter bis zum Ziel. Konferenzraum ranzoomen. Da ist Hades. Schade, dass wir ihn nicht gleich umnieten können. Warte, Ilona. Hier ist die Infos geschaffen. Alphas Truck nähert sich dem Tor. Alpha, warte da. Die Wasp gibt den Startschuss. Lass die Wachen rankommen und dann erledige sie. Hey, du. Du kannst hier nicht parken. Mach schnell. Ist es nicht die 14. Wir haben... War sowieso ein langweiliges Gespräch. Alpha ist startklar. Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Knall die zwei Wachposten ab. Alpha, rein da. An alle Stationen. Wir sind aufgeflogen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Ja, dann sehen wir uns in der neuen Version. Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Knall die zwei Wachposten ab. Das machen wir in der nächsten Folge. Ist das Fahrzeug weg? Acht strike. Ich habe gleich. Tschüss. Jetzt erst mal aufge По one Chicago.